Es ist eine Art Schicksalsspiel, deren Ausgang die Aktivitäten der nächsten Woche prägen wird. Die Aktivitäten von Freddy Bickel links und Christian Constantin rechts. Beide haben den Trainermarkt schon mal sondiert. Bei Sion besteht Handlungsbedarf, weil Gattuso nicht die nötigen Diplome hat. Und bei Ibe könnte der Trainer auch zum Thema werden. Dann nämlich, wenn Ibe jetzt plötzlich auch Heimschwäche offenbart. Ibe übrigens hatte Geburtstag in dieser Woche, den 115. hat man gefeiert. Ibe damit einer der, man glaubt es kaum, jüngsten Vereine der Liga. In einem Spiel mit Sion, das leicht umgestellt hat. 4-3-3, das taktische Korsett. Vorwärts die Richtung, Wanczak für Lefferty. So etwas wie Torgefahr nach knapp acht Minuten. Es ist ein Spiel der wenigen Höhepunkte in der ersten Halbzeit. Sion mit mehr Ballanteil, aber nicht wirklich kreativen Ideen. Das ist Ceng, Marco Wölfli, ein tückischer Aufsetzer. Der Boden ist holprig, die Ballkontrolle schwierig. Und auch für Golis ist das nicht einfach. Martin Rueda, ihm fehlen die Leitwölfe, die Rockstars im Team. Hinten verrichtet Ibe bodenständige Arbeit, das passt. Aber nach vorne ist das Berner Spiel so aufregend wie Grossmotors Stützstrümpfe. Raimondi, Nuzolo, Reanu. Es war das Gefährlichste, was Ibe offensiv über weite Strecken zustande brachte. Es ist ja nicht so, dass da gar keine Ansätze waren. Immer wieder fängt Ibe Walliser Angriff ab. Aber immer wieder ergeben sich Möglichkeiten zum Kontern. Und die Konter von Ibe, die sehen dann so aus. Das ist lang, Nuzolo, viel Platz, 3 gegen 3. Welche Ausgangslage, Nuzolo. Und dann dieses Päßchen. Selbstredend, weder aus dem Spiel heraus noch bei Standards versprüht Ibe auch nur den Hauch von Torgefahr. Dass Sions Interimcoach Luigi Riccio nicht Mitleid zeigt, liegt daran, dass Sion punctoideen auch nicht wirklich kreativ ist. Bis kurz vor der Pause. Das ist Außenverteidiger Lacroix, Verwirrung im Berner Strafraum. Wölflich klärt, 0 zu 0 zur Pause. Es hätte gerade so auch umgekehrt heißen können. Zweite Halbzeit. Sion versucht etwas zuzulegen. Das ist Ceng. Der schüttelt zunächst Nefab. Dann auch Zwerotic. Lafati. Die berühmte und viel zitierte Fußspitze zu spät. Es war auch eine Art Weckruf für Ibe. Die Berner nur etwas aggressiver. Das ist Schneuli gegen Bühler. Schneuli. Ein Fall. Ein Pfiff. Elfmeter. Schneuli. 45 Minuten lang unsichtbar. Und jetzt mitten im Brennpunkt. Genauso wie Bühler. Der sich ungeschickt anstellt im Stile eines kanadischen Holzfellers. Maltretiert Bühler die Beine seines Kontrahenten. Elfmeter. Farneröd läuft an. Und Wannins hält. Wieder verschießt Ibe einen Elfmeter. Schon den dritten in dieser Saison. Von wegen Trainerdiskussion. Die Probleme bei Ibe liegen ganz woanders. Immerhin Ibe bleibt dran. Das ist Scott Sutter. Einfach mal draufhauen. Wannins streicht den Ball noch so eben über die Latte. 66. Minute. Wir springen in die 80. Minute. Irgendwie hat man sich früh mit dem 0 zu 0 abgefunden. So scheint es. Das ist Ceng. Und wieder Wölfli. Also der hat noch nicht Feierabend. Marco Wölfli. Klasse, wie er den Ball da noch um den Pfosten dreht. Tja, und dann läuft schon die Nachspielzeit. Ibe nochmal am Drücker. Die letzten Reserven, die werden angezapft. Das ist Raimondi. Afum übrigens mittlerweile im Spiel. Und er kommt auch an den Ball. Hier, Afum. Afum mit links. Nein. Mickrige Zweitjörchen aus den fünf Spielen. Den letzten hat man geschossen. Das ist viel zu wenig. Dann hat auch Christian Constantin genug gelitten. Schiedsrichter Amhoff pfeift ab. 0 zu 0 in einem enttäuschenden Spiel. Sion hat oder hält im Kampf um die Europakörplätze. Ibe auf Distanz. Das war der erste Punkt unter Gattuso. Und was für Ibe die nächsten Wochen bringen, das wird sich nach dieser Nullnummer zeigen. Ja, gut.